Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen V-Log auf meinem Kanal. Endlich gibt es mal wieder einen V-Log. Das ist schon länger her, dass der letzte kam. Und ja, heute gibt es einiges zu erledigen. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen, damit ich frühstücken kann. Dann geht es nach Innsbruck, wo auch einiges zu erledigen ist. Ja, eingekauft ist. Jetzt geht es nach Hause. Dann wird erstmal was gegessen. Das ist das geilste Frühstück, das es gibt. Das ist nämlich Philadelphia, Schinken und Semmel. Ja Leute, ich habe jetzt schnell was gegessen. Jetzt muss ich auf dem Bahnhof fallen. In elf Minuten kommt mein Zog. Ja Leute, ich bin jetzt in den Innsbruck angekommen und jetzt geht es erstmal in den Vapestore, wo ich mir ein paar Ersatzteile zu kaufen muss. Ja Leute, ich bin jetzt direkt vor dem Vapestore. Ich weiß nicht, ob ich euch mit reinnehmen kann, aber ich werde mal fragen. Ja Leute, das in den Vapestore ist jetzt erledigt. Das ist eine geile Auswahl, die wir haben. Und jetzt geht es kurz nach dem Hartlauer. Ja Leute, ich musste mir schnell einen Polaroid-Filter holen, weil das ist im Sommer einfach ein nützliches Ding. Jetzt treffe ich mich noch mit einem Kumpel und dann gehen wir mal spachteln und mal schauen, wie es weitergeht. Ja Leute, ich befinde mich jetzt wieder in Schwarz. Ich hatte irgendwie mega Glück, weil wie ihr sehen könnt, ist das Wetter nicht mehr so geil. Es fängt jetzt gleich regnen an. Und ja, ich denke mal, das war es für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin, fahrt für dich mich. Ciao.